Ich freue mich auf ein kleines Kind auf Weihnachten, denn ZSC hat Sperr Zeit in dieser Serie, wir gewinnen in der Verlängerung, ZSC steht für so viel, das Z steht heute für den Zusammenhalt, das S für Spielfreude und das Z vielleicht schon bald wieder für die Champions, ZS Alliance sind im Finale! Wow, Chris, es ist geschafft, ich habe zwar 100 Fragen vorbereitet, aber es ist mir eigentlich alle Momente egal, zeig einfach mal, wie es dir geht und was dir so kurz nach dem Spiel durch den Kopf geht. Ehrlich gesagt, ich kann meinen Gefühlszustand irgendwie nicht beschreiben, ja, unglaublich erleichtert, die Fühlung auf der Schnur, ja, es war ein unglaublicher Match, wir sind natürlich froh, dass wir jetzt gewinnen können und jetzt sind wir im Finale. Du bist der Mann, der das Game-Winning-Goal schiesst, Gratulation, wie fühlt sich das an? Ein unglaubliches Gefühl, ein sehr grosses, also erleichtert und natürlich ein super schönes Gefühl gewesen, habe mich riesig gefreut und eben die Stimmung ist auch immer gewesen. Das ist, was wir wollen, wir haben alle Jahre gearbeitet, um hier die Chance zu spielen, also wir sind glücklich. Wir haben vier Linien, die eigentlich immer Druck machen können auf alle Linien von Ihnen und das gibt natürlich auch eine Entlastung für unsere Top-Spieler und ich denke, so haben wir es nachher zermürben. Ja, es fühlt sich großartig, ich glaube, die Jungs haben sehr hart gearbeitet, es war eine sehr spannende Serie, es war eine Serie, die auch heute Abend wieder auf beide Seiten kippen konnte, mit einem glücklichen Rennen für uns und ja, ich meine, es ist genial, dass wir jetzt im Finale spielen können. Am Anfang hatten wir vielleicht heute überhanden, nachher sind sie wirklich sehr stark zurückgekommen und ich meine, die letzten, vor allem heute, waren sehr ausgleichen. Sie waren hin und her, viele Postenschüsse, viele Chancen, der Bucke konnte genauso gut für sie reinfallen und ich denke, am Schluss, vor allem mit Overtime, war es recht symptomatisch, sie knappe einen nicht rein, dann wir knappe und nachher konnten sie zum Glück bei uns reinhauen. Ja, du war immer auf fire, ich denke, gegen Bern es war ein bisschen mehr, als gegen Tug, warum war das? Ich meine, auf fire, ich weiß nicht, aber... Du bist, du bist auf fire. Ich weiß, was mein Rolle ist, was mein Job ist und ich weiß, was ich muss machen und ich versuche, dass ich so viel, wie ich kann, für uns zu gewinnen, Hockey-Games. Es ist natürlich nicht immer so einfach, aber es war nicht so einfach. Aber, ja, wir haben uns gefunden, um diese Serie zu gewinnen und ich bin wirklich glücklich. Aber, ich meine, schau an die Leute, wie viel sie kämpften und wie wir spielten. Es war eine gute Serie. Ich respektiere Bern, wie sie spielten. Sie sind ein guter Team, sie waren das beste Team hier in den letzten paar Jahren. Wir wussten vor der Serie, dass es viel dauert. Aber ich denke, wie wir es endete, war ziemlich nett. Du hast die Mannschaft Ende Dezember übernommen. Ich glaube, zum Tiefpunkt. Und jetzt sind wir sehr, sehr gut vorangekommen. Von was führst du das hauptsächlich zurück? Ich weiss nicht. Manchmal braucht es Zeit. Man kann nicht einfach einen Knopf drücken. Manchmal geht es sehr schnell. Anderen Mal, irgendwie hast du das Gefühl, dass du auf dem richtigen Weg bist. Aber dann kommt wieder nichts. Ich glaube, dieses Jahr war etwas komisch. Mit der Olympischen Pause hat alles etwas durcheinander gebracht. Und dann kommt man zurück nach der Pause. In meiner Vorderpause habe ich gemeint, wir sind auf dem guten Weg. Und dann nach der Olympischen Pause ist wieder alles ein bisschen in die Hose gegangen. Wir sind zurück. Und ja, die letzten drei Matches für die Playoffs. Ich meine, die Spieler sind auch noch nicht wirklich bereit, diese Leidenschaft zu bringen. Und die letzten drei Matches haben wir alle verloren. Wir sind einfach nicht konsequent genug zum Sachen gegangen. Aber ich habe es irgendwie gefühlt schon, dass die Mannschaft bereit ist für die Playoffs. Und das ist einfach nicht so, dass wir auf dem Spiel aufhören. Ich liebe es einfach, wie wir aufhören. Ich dachte, dass wir nach dem ersten Spiel aufhören, wir haben ein bisschen gehalten. Aber als das Spiel aufhören, wir haben uns mehr und mehr aufhören. Ich wollte einfach etwas sagen, dass die Mannschaft zwischen dem ersten und dem zweiten. Und sagen, dass wir uns aufhören. Wir können die Spielern machen und machen, was wir müssen. Und die Leute kamen raus. Und ich meine, P.S. am Ende und ein großer Pass von Freddy. Ich meine, ich war einfach hart. Es war großartig. Ich glaube, sie haben nicht viel gesagt nach der Qualifikation, dass wir ins Finale kommen. Jetzt haben wir es geschafft und es spielt natürlich super an. Der Finalgegner ist klar. Stichwort Lugano. Was willst du uns dazu sagen? Ja, geil. Also, wir freuen uns. Wir haben sicher noch eine Rechnung offen mit denen. Und ja, es ist sicher zuerst erholen und nachher Vollgas. Wir wissen, Lugano hat es selbstverständlich wieder gefunden. Es hätte in die Serie gehen können. Ich glaube, es wird eine sehr spannende Serie. Und wir haben sicherlich auch noch eine Rechnung offen. Ich denke, es geht darüber noch ein bisschen dumm schnurren und eine Freude haben. Und dann ist es bald auch immer gut. Ich glaube, es ist schon recht spät. Es ist egal, wie viele Spiele es ihnen geht. Hoffentlich sind wir am Schluss mit als Sieger da. Ja.